Man, man, man. Oh, was ist das? Erste Hilfe. Erste Hilfe ist gut. Aber wenn Erste Hilfe, um uns zu finden, ist sogar noch zwei Flaschen. Das bedeutet immer, dass es Stress gibt hier. Ach, halt die Schnauze da draußen. Hör auf zu klopfen. Verpiss dich. Ja, ja. Oh, ey. Ich hab so eine Gänsehaut. Könnt euch gar nicht vorstellen. Ich wäre einfach nur raus. Mach auf. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wollen wir wissen, wer da vor der Tür ist? Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich es nicht wissen. Warum ist jetzt alles aus? Wir haben keinen Sound mehr, Leute. Oh, bitte nicht. Komm mal runter. Komm runter. Oh, nee. Bitte nicht. Muss ich... Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Mann. Ich will nicht da runter. Oh, nee. Oh, das Spiel zwingt dich da runter zu gehen. Das ist doch scheiße, Leute. Oh, jetzt ist die Tür auch noch zu. Oh, fuck, Alter. Okay. Oh. Das ist nicht mir. Ich gehe nach Hause. Das ist nicht mir. Nee. 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 Oh, die hat doch noch ein Messer. Ja, richtig geil. Richtig geil. Oh, komm. Gib mir. Oh, was? Oh, was? Weg mit dir. Weg mit dir. Hau ab. Ich gehe dich. Rins in den Arm, Beben, Finger, Messer, Hand. Egal, was. Lass mich. Krass, mach dich.��i Scheiße. isch Du Pussy, dumm 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 dumm. Na und? Ich kann dich sehen. Naja. Lass mich in Ruhe. Ja, mach, gönn dir. Ja, sechs Stück. Gönn dir, Mia. Das sieht keiner, du Flaume. So, damit ist das Let's Play beendet, wir werden jetzt einfach nach Hause gehen, Mia ist sowieso tot. Ich denke wir sollten nach Hause gehen, das ist immer noch zu, richtig geil. Pussy? Weil ich mir einpupse hier schon. Mia? Na, das war so klar, ey. Lass mich! Ich habe gar nichts gemacht. Na ja, die ist irgendwie verwandelt. Nimm die Axt, genau. Gönn dir. Hau auf da. So Mia, du willst Stress, ja? Komm hier. Oha, hier. Komm her, Junge. Gönn dir richtig. Ja. Oha. Stirb. Verreck. Ja, schön rein in Space. Ah, stirb. Oha, ja. Stirb. Nun, stirb doch mal. Ja, komm. Und? Ja. So. Siehst du, Mia? Das hast du jetzt davon. Unsere Beziehung ist vorbei. Ja? Mia? Hau rein. War so klar. Ja, klar war es klar, dass die kommt. Musst du jetzt Buchse wechseln? Ja, fast. Die Buchse ist voll, Digi. Puh, gut. Wir haben Mia als zweites mal besiegt. Ja, jetzt klingelst du das Telefon. Voll das random. Ach, schade. Man sieht dein Fleck nicht, ne? Man geht... Was für ein Fleck? Ne. Ne, warum? Wir gehen jetzt einfach mal ran. Ach, nee. Ja. Oh, Zoe. Dachboden. Ach, von Zoe haben wir schon was gesehen. Da stand auf irgendein Brief, stand da irgendwas mit Zoe. Okay, wir sollen zum Dachboden. Was? Ne, ich glaube das ist zu, glaube ich. Ähm. Mia ist wahrscheinlich weg, ne? Na, das war so klar. Wir gönnen uns aber trotzdem die Axt, Leute. Wir rennen hier nicht unbewaffnet rum. Ah, die Mia ist erstmal weg. Aber das war klar. Ach, hier ist sie lang. Okay. Hast du das so eingestellt? Was? Was denn? Ich denke mal morgen wird das das neue. Ja, ja, das ist so ein altes Ding. Das habe ich eingestellt, ja. So, wir sind wieder... Ja, wir sind da, wo wir durch diese Luke da gegangen sind. Wir brauchen immer noch eine Sicherung wahrscheinlich. Wir haben aber wenigstens eine Axt. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht können wir sogar diese Tür hier kaputt machen. Ne, können wir nicht. Okay. Aber da? Ne. Ah, wir haben eine Axt, Leute. Das ist schon mal ganz gut. Ach stimmt, wir haben ja auch... Wir haben ja einen Bolzenschneider. Wir können da vorne diese Kette machen, ne? Ja. Hallöchen. Ja, ich habe immer was. Das geht. Lass mich. So, dann schauen wir mal rein. Ach, guck mal, da ist die Sicherung. Das passt ja schon mal. Ich frage mich halt bloß, warum das mit dem Video nicht war. Weil eigentlich ist es so. Also jedenfalls war das in der Demo damals so. Da hat man ein Video bekommen, was man sich angucken musste. Aber das ist völlig weg. Oder es kommt noch. Ich weiß es nicht. Aber wir haben erstmal die Sicherung. Wir können ja auch erstmal kurz da umkicken. Ja. Ja. Ach, das ist zum Speichern. Oh, und hier ist die Videokassette. Siehste, wäre ich doch mal hier oben erst hingegangen. Naja, wir speichern erstmal. Sicher ist sicher. Falls wir sterben. So. Wie ist das? Das Spiel ist schon fast vorbei. Wir haben Mia getötet. Hä? Gar nicht. Doch. Mia ist tot. Das Spiel beruht eigentlich nur darauf, dass wir Mia finden. Wir haben Mia gefunden, die ist tot. Aber das verstehe ich nicht. Und dann ist die Sache alleine. Ja, du guckst Horrorfilme? Aber das verstehe ich nicht. Ja. Das hat ja keinen Sinn. Ja. Das ist was anderes. Weil beim Filme guck ich bloß zu, wie andere sterben oder irgendwas machen. Aber hier muss ich das selber machen. Ja, weil das ist ein Spiel. Ja und trotzdem. Ja und das andere ist nur ein Film. Ja. Und du kackst dich ein. Ja. Ja siehste. Jetzt so mal die Rogic. Das stimmt nicht. Manu das ist eine Lüge. Das nimmst du sofort zurück. Das gibt eine Anzeige. Manu. Das gibt eine Anzeige. Rufmord Verleugnung. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie ein Amarillo. Ja das sind die Geisterjäger, was wir in dem Venn da gesehen haben. In dem Venn war ja ein Foto oder ein Artikel von denen. Das ist die halt alte Geisterhäuser. Das ist Olli logisch. Das ist Felix von der Arbeit. Genau das sind die Geisterjäger und die untersuchen halt immer Geisterhäuser. Und soweit ich weiß ist das eine alte oder hier soll eine alte Familie leben. Und sehr viele vermisste Personen was wir ja alles gesehen haben. Und die wollen halt diesen auf die Spur gehen. Und da sind wir der Kameramann. Mal sehen. Also ich kann euch eins schon spoilern. Der Typ hier. Der hier. Das ist die Leiche unten die wir gefunden haben. Du wirst sterben mein Freund. Genau du. Und du auch. Ihr sterbt alle. Jaja. Ja. Sagen sie alle. Sagen alle das nicht furzen. Dann furzen sie eigentlich. Dann schieben sie das auf die Couch oder auf den Sessel. Ja ja. Nö. Warten. Ja. Wenn ich Dings mache dann riecht es. Ja. Achso Jungs ihr macht das dann mal schon. Tschüss. Vertretung Pete. Nicht Chef Moderator. Das sagst du. Nö. Nö. Wir müssen ja da rin. Aber es ist ja nur ein Video und da kann noch nichts passieren. Ja. Ja. Verlassenes Farmhaus. Vermisste Familie. Siehst du da erzählt das nochmal ne. Verlassenes Farmhaus. Familie und so weiter. Und hier ist auch ein wichtiges Detail nämlich hier ne. Wir haben nämlich erst in der Vergangenheit, also in der Zukunft haben wir ja erst diesen Schrank aufgemacht ne. Und klar muss der hier zu sein. Was? Du bist bestimmt einer der ab und zu einen ziehen lässt und es dann auf den Hund schiebt. Ja hier. Ja. Schau mir was. Genau. Sie sagt ja immer es war der Hund. Alles klar. Ein schwarzes Schaf. Ein schwarzes Schaf. So ist natürlich die Geißen. Oh hier sind noch viele Geräte drin. Aber der Kühlschrank. Das ist der gute Stoff hier. Der schöne Kühlschrank. Guck mal. Das ist Käse. Den brauchst du auf die Pizza, Alter. Das ist richtig guter Käse. Richtig guter Stoff. Ich mach gar nichts. Ich guck hier mal nach. Darf ich doch mal oder? Was ist los? André ist tot. Der ist tot. Ne. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Digga. Ich geh mal hoch. Du guckst unten. Ich geh um. Ein Kameramann wie du, Klein C. Du bleibst bei mir. Ne, ne. Ich geh hoch. Oh man. Hast schon dein Abo verlängert? Du Pflaumer? Das war ja nicht so weit. Ne. Was war das denn? Hast du es gehört? Ne. Ich hab nichts gehört. Wir sollten nach Hause. Wir sollten los. Ne, lass es. Lass es. Lass es. Macht er natürlich nicht. Das ist so typisch. Was macht er denn? Was macht er denn? Wo zum Job ist der? Das dauert mir immer. Bis er es aktualisiert darum. Ah ah. Doch. Doch. Nein. Nein. Puh. Ach und so spinn. So, ich weiß wo der Geheimgang ist. Kann ich dir schon mal zeigen. Hier, guck mal hier. Geheimgang. Darum ist die Familie nochmal. Ja, den hab ich dir gezeigt, mein Freund. So hätte man nämlich eigentlich den Geheimgang erst gefunden. Aber da ich das ja schon wusste aus der Demo, wusste ich natürlich, dass dort der Geheimgang ist. Und dadurch brauchte man natürlich das Video nicht mehr. Quasi hätten wir eigentlich weiter. Ja klar. Wir hätten eigentlich nur noch diese Zelle, die Sicherung einstecken müssen. Und dann wären wir eigentlich schon weiter gewesen. Andre? Bist du hier unten? Da steht er doch. Hey Andre, eine Hütte. Ja klar. Mach jetzt doch noch dunkler. Was sehst du? Was ist? Also war kein Braunton, war ein Blankton. Hm. So Andre. Alte Hütte. Der war ein schönes Gespräch. Haha. Ihhh. Ja, das ist die Leiche, die im Wasser war halt. Und da kommt noch jemand. Und da war noch irgendjemand. Irgendein Unbekannte. Ich sag ja alle tot. Und die Leiche ist einfach auf dir hoch gesprungen. Ne, die waren den Rohr. Die hangen an den Rohren. Da hab ich sie angefasst und dann ist sie umgekippt. Und warum gibst du den Rohr an? Ich wollte den Andre anfassen, weil der da gehangen hat. Ja, war aber nicht der Andre. Doch, das war der Andre. Aber, da kam noch ein anderer Typ. Und das wird Daddy sein. Daddy. Die Mia-Daddy. So. Was denn nun schon wieder? Ja, das ist ja. Was für ein Video. Hm. Oh. So. Ach. Mensch Leute, wir machen es ganz simpel. Wir machen die Sicherung drin und dann verduften wir hier. Würde ich sagen, oder? Ich bring hier den Rotz. So. Tschüssi. Tschüssi Kowski. Hu. Alter Digger. Mia. Was soll das? Ich weiß, du wolltest den nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja, aber nicht aus der Ecke. Aber nicht aus der Tür. Du hörst ja auch nichts. Du hörst ja hier nichts. Nee. Na. Dann musst du da hören. Kopfhörerin machen und da hören. Da. Dann hörst du das wenigst in den Ton. So, und jetzt kommst du mit einer Kettensäge. Richtig geil. Da. Zieh. Zieh. Zieh auf du? Weiß ich nicht genau. Oh. 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 Das Spiel ist vorbei. Die Hand ist ab. Iiih. Ist der wieder tot? Ich weiß es nicht. Na ja, klar. Du verbotest doch. Nee. Ich bin Kämpfer. Ich bin Kämpfer. Sieht echt nice. Scheiße. Was soll ich machen? Wo ist du hin? Du kommst mit der Rausspritzt, Alter. Das sieht doch lustig aus. Das ist wie ein Penis, Alter. Der Rausspritzt. Ein Penis, Alter. Ja, alles vollblutende. So, wir gehen schnell hoch. Wir sollen jetzt zum Dach bohnen. Ja, uns fehlt ein Arm. Aber... Oder eine Hand. Ist ja nicht so egal. So, weg hier. Genau, hier hoch. Wo ist meine Axt überhaupt? Wo ist meine Axt? So, Mia. Du bleibst mal da unten jetzt bitte. Hör mal auf damit. Es hat gespeichert. Das bedeutet, irgendwas passiert. Oh, eine Knarre. Ja. Eine Knarre. Oh, Medizin. Oh, eine Knarre. Ja. So, Mia. Du Pussy. Jetzt bist du dran. Oh, fuck. Mach nicht so viele. Warum hat sich das bewegt? So, Mia. Einen falschen Schritt und nicht. Ja, du geh raus. Baller dich ab. Na, da kommt sie doch bestimmt gleich. Nee, da ist nichts. Nee. Was hier? Hör auf mit dem Rotz. Ist nicht witzig. Oh, fucky. Hä? Hä? Na, da stand was. Ist das eine Puppe, Digga? Ja, trotzdem. Du spielst doch überhaupt nicht. Du sitzt nur und guckst zu, Alter. So, da ist noch eine Tür. Und da ist eine Leiter. Aber... Ja, da passiert doch bestimmt irgendwas. Kann ich die Axt nehmen? Nein. Du hast ja die Knarre nicht. Ach, ich hab ja eine Schnellfemilie. Ach so, nee. Knarre verriegelt. Kopf ab. Kopf ab ist immer das Beste, ja. Bei Zombies immer Kopf ab. Nee, warum machst du das im Kissen tot, wenn er nichts drin ist? Äh, kaputt. Nee, ich dachte da wäre was drin, Mädel. Zimmer! Mach mal keinen hier auf Klugscheißer, ja. Was ist der denn da schon? Wer denn? Der Hamza.